Schönen guten tag leute und herzlich willkommen zu diesem video heute mal ein ganz anderes video wir bereits im titel lesen könnt ich wollte mich erstmal herzlich für die 500 abonnenten bedanken und für den support es wird für sehr viele jetzt nicht besonders viel sein jedoch bin ich froh dass 500 leute den weg zu meinem kanal gefunden haben ich danke euch was ich euch auch noch mitteilen möchte wird ein altes format zurückkehren womit ich meinen kanal gegründet habe und zwar die vlogs jedoch werde ich jetzt anders gestalten als damals ich habe damals mit vlogs angefangen und habe über einige themen gesprochen während ich zum beispiel auf dem weg zur arbeit war man konnte auch live sehen was da manchmal auf den straßen passiert ist habe jedoch aber festgestellt dass die car reviews und vor allem die pv test drive videos deutlich besser bei euch ankommen und habe seitdem dieses format abgebrochen jedoch nach meiner instagram umfrage ob ich wieder vlogs drehen soll hat sich die deutliche mehrheit dafür entschieden dass ich dieses format wieder machen sollte ich habe mir auch schon ein paar gedanken gemacht wie ich die vlogs drehen könnte lasst euch überraschen wenn ihr gute video vorschläge habt dann schreibt es in den kommentaren alles klar leute das war es mal wieder mit dem video checkt meine sozialen netzwerke vor allem auf instagram da bin ich besonders aktiv und dann sehen wir uns im nächsten video dann wieder haut rein